8.18 Uhr Heute ist Tag 5, heute nehmen wir die Bläser auf und noch ein Lied gesungen, bisher lief es ja richtig gut und es läuft hoffentlich genauso gut weiter, aber die Aufnahmen sind schon richtig geil Am besten! Ich finde es kommt ein bisschen fetter, wenn es am Anfang nicht ist André, was machst du da gerade? Lippen lockern! Warum? Vorbereitung für geiles Pulsionieren Geh mal weg aus meinem Life Also einfach immer direkt nach der Nähe Das ist schon richtig angesteigender Typ Anstrengend! So klingt es übrigens wenn man gerne niest Lies lieber mal ein Buch Denk wieder drüber nach Machst du doch alles Machen willst, weit weg von all dem Krach Du brauchst einen klaren Kopf